Willkommen zu Indian River High School! Hallo, wir sind Juniors. Ich heiße Ryan. Ich heiße Natalie. Und ich heiße Christian. Hier ist unsere Schule. Wir gehen an die Indian River High School. Jetzt anschwören wir fünf nach 4 Sekunden für jede Klasse. Für jede Klasse habe ich ein Anderin-Lerer. Vorher in der Klasse sch настроieren der auf Betracht. Vorher in der Klasse schlaffer ich. Die Klasse-Fümner sind normalerweise klein kurентов. Sie meinen 모르 pai, aber die Wass negatively machen. Wir haben Tests in jedes Klasse jedes Jahr. Ich habe Angst vor Fragen. Sie sind so schwer! Die Klassenzimmer sind weiß mit Freunden. Ich habe ein gutes Buch zu lesen und ich chille mit meinen Freunden. Ich gehe zur Bibliothek alle zwei Tage. Es gibt viele Bücheregale. Die Bibliothekern ist hilfreich, wenn ich ein Buch finden muss. Können wir auf den Haus der Bibliothek arbeiten. Es gibt eine Computer-Rumme in der Bibliothek. Die Zolle nicht schreiten alles für in der Bibliothek arbeiten. Ich gehe die Bibliothek gerne. Sprechneet! Wir essen und trinken in die Mensa. Die Quarkstunde ist sehr worden in Sprechneet. Ich sitze mit meinen Freunden. Und ich klatsche auch mit meinen Freunden. Was ist mein Freund, Chris? Was ist du zum Mittagessen? Heute essen ich eine Warte mit Käse und Fleisch. Ich kaufe mein Mittagessen jeden Tag von der Mensa. Die Börterstange ist immer so lang. Ich bin ein Mittagessen. Mein Mann und mein Gott ist die Mittagessen in der Schule zu tun. Ich habe eine Godmutter. Ich beden Sie eine Warte mit einem Mittagessen in der Schule. Ich bin die Bühnen mit einer Glocke. Ich bin die Bühne mit einer Geschenk-Bühne. Ich bin die Bühne mit einer Glocke. Ich bin die Bühne mit einer Glocke. Ich bin die Bühne mit einer Glocke. Ich bin im Frühling Musikhall und ich muss meinen Schauspielmonolog auswendig lernen. Ich schauspiele auf dem Bühne. Zuerst muss ich mich eine Rolle bewerben und dann muss ich versprechen. Theater ist mein Leben. Deswegen nehme ich nicht am Theaterstück teil. Das Musikhall ist toll. Theater ist mein Leben. Wir haben viele Schwierigkeiten von Neuschüren. Wir haben einen großen Fitnessraum mit Neelen Fitness geraten. Mein Freund hat mich nicht mehr gelegt. Alle zwei Tage haben wir die Schwierigkeiten. Ich bin im Frühling Basketball mit meinem Mannschaft. Ich bin im Frühling. Ich bin im Frühling. Ich bin im Frühling. Wir haben einen Sitzern, dann haben wir eine Schwierigkeiten. Mein Schuhe ist sehr sportlich. Ich spiele softball und schreiber. Sincere Fußballmannschaft hat dieses Jahr viele Spiele gewonnen. Wie sieht eure Schuhe aus? Könnt ihr uns einen Film schicken? Danke! Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal!